Willkommen zurück beim Landwirtschaftssimulator. Wir sind auf meiner Rensch. Und ich würde sagen, da hier jetzt alles abgeerntet ist, werde ich die Felder verbinden. Dann können wir uns nämlich gleich an den nächsten Zirkus machen. So, jetzt muss ich mal gucken. Hoffentlich kriege ich das gerade hin. So, stopp. Felder zulassen. Was war denn das? Z, wa? Ach hier, Felder erstellen, zulassen. 5, 4, nein, falsche Steuerung. Warte mal, ich mach mal V. Da, Z, sag ich doch. So. Jetzt fahren wir auch mal den Meter rüber. Da sag ich doch, da komme ich schon schief. So, das brauchen wir. Müssen wir mal gucken. Eigentlich muss ich doch das hier, äh, mit dem Malenwerkzeug wegmachen. Ja, das werde ich machen. Ich werde die Felder einfach auflösen. Stopp. Z und, halt, da lang. Bitte in die Richtung ein Feld erstellen. Danke. Na, klappt doch wunderbar. Jetzt mach ich noch den Weg hier voll. Und dann werde ich wahrscheinlich mit dem Pinselwerkzeug den Rest machen müssen. Weil ich werde Stücke von dem Feld hier drüben opfern. Da kann ich mir nämlich immer das Vorgewende sparen. Und das Ganze ist gleichmäßiger. Also, ich habe ein neues, großes Feld. Ha, so. V. So, fertig. Anheben. Z. Danke. Jetzt wollte ich was gucken. Und zwar... Hallo, lässt du mich mal bitte rauchen? Raus hier? Oh, geht gar nicht. So. Raus hier. Und zwar habe ich ja hier drüben, äh, schon was gemalt. Also. Schwupp, lass mich mal durch hier. Und da habt ihr gesagt, da wächst kein Gras mehr. Jetzt muss ich mal gucken. Was war das hier? Hier kriege ich Ernterei. Und hier habe ich Feldinfo. Ja, hier wächst nichts. Doch. Das ist blöd. Wie kriege ich jetzt hier Gras draus? Hm. Na gut. Muss ich mal gucken, ob ich das irgendwie hinkriege. So. Denn ich muss jetzt gucken. P. Bauen. Hier. So. Und jetzt müssen wir mal gucken. Landschaftsbau. Malen. Malen. Was haben wir denn hier? Matsch. Asphalt. Dreck. Waldboden. Gras. Schotter. Da ist doch Gras. Oh, warte mal, warte mal, warte mal. Du machst mal bitte ein bisschen. Ich will einen größeren Pinsel. So. Ja, zur Not muss ich das hier überpflücken. Äh, Quatsch. Überpflücken. Überflügel. Und, ähm, Dings draus machen. So. Wie sieht das jetzt aus? Das hier ist, das hier ist nicht mehr meins. Das hier ist meins. Das heißt, ich könnte jetzt von hier so rübermalen. Bis hier. Dann wäre das mein Feld. Sieht gut aus. Das mache ich. So. Das ist mein neues Feld. Und das alles kommt weg. Dann habe ich nämlich hier noch ein schönes, lustiges, kleines Vorgewendet. Ende. So. Gut. Und jetzt habe ich hier zwei große Felder. Ja, wunderbar. Und der Weg hier, der kann eigentlich weg. Und da muss ich halt immer hier außenrum fahren. Das kriege ich hin. Die Bäume wollte ich noch. Die Bäume wollte ich hier noch weg machen. Warte mal. Abreißen. Ja. Sehr gut. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich, äh, formen. Höher hoch mit dir. Sehr gut. Jetzt hier noch ein bisschen. Jetzt muss ich hier. Hopps. Muss ich hier anfangen. Mal mal, muss ich die Pinsel wieder vergrößern. So. Okay. Okay. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich die hier angestellt habe. Ein bisschen geht es jetzt hier noch runter. Ja, sieht aber schon besser aus. Stopp, stopp, stopp. Bremst du mal gefälligst, wenn ich sage bremsen. Danke. So. Jetzt habt ihr gesagt, ich kann mir nach dem Grubbern, äh, Quatsch, nach dem Pflügen das Grubbern sparen. Gut. Das heißt, ich gucke jetzt mal auf meinen schönen... Wir sind im August. Ach so, wir können ja das im September aussäen. So. Da hatten wir doch hier eine Zwischenfrucht gemacht, wa? Muss gewalzt werden. Genau. Benötigt Kalk. Ah, hier muss auch gepflügt werden. Okay. Dann kalken wir jetzt hier, pflügen hier und walzen hier. Den Pflug hast du ja gleich dran. Und dann muss ich irgendwann die ganzen Bäume hier wegreißen, damit ich den ganzen Boden hier komplett machen kann. So, Freundchen. Ich würde sagen, du machst das. Ich kümmere mich um den Rest. Hab, ihr habt Spaß? Sehr gut. Danke. So, du. Hast Pflegebereifung und gehst walzen. Halt, hier komme ich ja gar nicht mehr raus. Hier ist jetzt die Ausfahrt. Ja, die kann... Oh, ja, die kann ich auch noch gleichmäßig machen. So. Das hintere muss gewalzt werden, wa? Ja. 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 Na, der ist wohl vorwärts. Ich hab dir gesagt vorwärts. Danke. Na, bitte. Dann kriegen wir das doch alles hin, dann. Kommen wir heute richtig gut voran. Hopp. Na, mach mal noch einen, wa? Was macht der da hinten? Okay. So, Johnny. Einmal V. Und einmal Walzen. Ja, und dann muss ich noch den Kalk holen. Stopp. V. Und ab auf die andere Seite. Oh, warte mal. Nicht, dass ich sie auf die... Ja, doch. Ich fange hier an und der Walze nach da rüber. Und du, Johnny? Lässt dir die Hälfte... Ja, du lässt dir die Hälfte übrig. Ach, du lernst das nie. Hopp. Äh, die ist doch schon vorgewalzt. Äh, die ist doch schon vorgewalzt. Na gut, guck' ich gleich mal. Reicht dir das? Nee, reicht nicht. Dat reicht nicht. Dann machen wir das Ganze gleich noch mal. So. Zielen. Stopp. Absenken. Und feuerfrei. So, alle dicht. Lass ich mal kurz gucken. Ah, guck mal da. Da ist doch noch ungewalzt, Steph. Havi, hab Spaß. Muss gewalzt werden. Hier muss nicht mehr gewalzt werden. Hier muss gewalzt werden. Johnny? Havi, hab Spaß. Lass mal auf. Wenn mir das Spiel anzeigt, hier muss gewalzt werden. Warte, wir wollen mal ganz schnell gucken. Also. Im Wachstum, Ertragsbonus plus 50%. Wachstumsphase 1 von 3. Gedüngt 0%. Fruchtart Gras. Und hier? Plus 53%. Plus 50% Ertragsbonus. Also er sagt mir, äh. Da gibt's durchaus eine Veränderung. Also warum, Johnny? Findest du hier kein Feld? Ich weiß schon, wer das hier macht. Ich bin wieder mal der Trottel. So. Und um auf eurem Vorschach mit Curseplay zurückzukommen. Ich will es haben. Hahaha. Das heißt. Ich muss mich jetzt doch mal damit beschäftigen. Ich glaube, das werde ich wieder offscreen machen. Johnny? Ah, okay. Gut gemacht, Johnny. Jetzt ein braver Traktorfahrer. Dafür gibt's auch so volle Geld. Ja, man muss die Leute auch mal loben, wenn sie was machen. Wenn sie was richtig machen. Mal den Kopf tätscheln. Sag, hast du brav gemacht, mein Junge. So. Und ich habe hier einen Spalt übrig gelassen. So. Du bist... Naja, wobei. Hier darf ich nicht den Kopf tätscheln und sagen, hast du brav gemacht? Weil, guck mal, da drüben ist nochmal... Ui, da drüben ist nochmal... Fertig. Äh, Quatsch. Äh, offen. Aber aussäen tue ich jetzt hier nichts, weil wir gleich in den nächsten Monat springen. So. Das gemalte Gras, was ich jetzt habe, kann ich da einfach mit normalem Gras drüberschmeißen? Muss ich mal ausprobieren. Au, und düngen muss ich auch noch. Ich muss den ganzen Zirkus noch düngen. Ich probiere erstmal, ob ich Gras aussehen kann. Findet Johnny das Feld zum Walzen, wenn ich da drüber dünge? So, Gras habe ich eingestellt. Nee, macht er nicht. Okay. Das macht er nicht. Hier habe ich keinen Zugang zum Land. Groban soll ich nicht, habe da gesagt. Dann probiere ich es jetzt mit düngen. Dann werde ich nämlich... Oh, wie rum geht denn der jetzt? Stopp. Muss ich mal ran da. Danke. Was hast du drinnen? Dünger? Gut. Was ist das hier? Saatgut. Kein Dünger. Wo steht mein Dünger? Da hinten. Ach, egal. Jetzt wird es reich. Warte mal. Muss das Gras auch gedüngt werden? Hier ist gar nichts. Hier muss gekalkt und Steine gesammelt werden. Aber und gedüngt werden. Okay. Ich probiere es aber erstmal hier drüben. Ah, das geht ruckzuck. Da brauche ich nicht lange rumhampeln. Da muss ich nicht lange Zeit raffern. Da fahre ich zweimal rauf und runter und dann hat sich der Zirkus. So, aber ich muss ein Stück mehr zum Rand fahren. Sonst bleibt da wieder was übrig, weil ich schief komme. Ach, den Rand, die wir korrigieren, weil ich den Rasen drüben dünge. So. Oh, nicht schief kommen. Und Tür zumachen. So. Sonst fällt sie raus. Oh. Doch schief gekommen. Okay. Und jetzt... Willst du mich mal rausziehen? Danke. Will ich es mal sehen. Hä? Was ist denn die Linie hier drüben? Warte mal. Gedüngt muss gewalzt werden. Ach, ja, stimmt. Richtig. So, jetzt habe ich übergedüngt, Johnny. Wow, 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 wow. Hebst du das mal bitte an? So, jetzt haben wir übergedüngt. So, jetzt haben wir übergedüngt. Das heißt, du kannst jetzt hier walzen. Mr. Mr. Carl. Aber ihr habt Spaß. Und er kann es nicht. Ach. Ja, künstliche Intelligenz. Gut. Das heißt, ich werde das alles hier walzen müssen. Und Johnny kann in der Zeit... Ja, düngen. Er hat wieder den leichteren Job. Und nach dem Düngen, äh, Quatsch, nach dem Walzen, kann ich hier ja nochmal rüber düngen. Dann springen wir in den nächsten Monat. Und springen gleich weiter in den nächsten Monat, wenn es keine Transportaufträge gibt. Damit wir dann hier, ähm... Getreide säen können. So. Macht sich doch gut. Okay. Ich werde jetzt hier ganz entspannt walzen. Und sage einfach, wir sehen uns, als fertig ist. Und zwar morgen. Und bis dahin, macht's gut und genießt den Tag. Danke fürs Zuschauen. Und see you later. Da. Ja. Tschüss.